Ist Gold besser als Bitcoin? Der Bitcoin-Kurs steckt seit Monaten in einer Seitwärtsphase fest, während Gold und der S&P 500 neue Allzeithochs erreichen. Derzeit ist Bitcoin etwa 20% von seinem Allzeithoch im März entfernt. Gold hingegen erreichte ein neues Allzeithoch von 2.578 US-Dollar. Auch der S&P 500 performt besser als Bitcoin. Negative Korrelationen wie diese gab es schon früher. Zuletzt im Mai 2021, als Bitcoin um über 30% einbrach. Wenn Gold steigt und Bitcoin fällt, bevorzugen Investoren sichere Anlagen in risikoreichen Zeiten. Investoren warten nun gespannt auf die nächste Fettzinsentscheidung. Aktuell liegt der Bitcoin-Kurs bei rund 58.800 US-Dollar, ein Rückgang von 2,32% in 24 Stunden. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.